Spezialkampf Hoppala Na gut, probieren wir es nochmal Es war jetzt nicht so schwer, der letzte Gegner hat mich nur ein bisschen auf Trab gehalten Naja Und ich hab das Heilmittel in dem ich nicht gefunden Naja Mäh Was? Was habt ihr für einen lahmen Ofen? Bitte was? Die kommen doch tiefgefroren in den Ofen Fertig rein Dann brauchst du hier, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so Dann sind die Dinger durch Komisch das Naja So, Hälfte MP Teppichmonster Der hat mir jetzt ein bisschen eben zugesetzt, ne? Giftzorn Hör mal auf da zu beißen Das weiß ich nicht Oh, zwei Criticals Sehr schön Schauerangriff Ach nee, Schauergriff heißt das Vieh Schlag Daneben Teppichmann Das sieht halt echt aus wie so ein Flusenteppich hier, ne? Ja So, Teppichmann ist Geschichte Level down Okay Kommt das Vieh wieder? Komm schon Wiepernatem Ja, ich mach dich auch kaputt Solange meine Mein Amulett nicht kaputt geht Ist alles in Ordnung Wenn das nämlich oft mal hin ist Dann krieg ich nämlich den ganzen Rotz hier ab So, einmal gewehrt Und die Schlange ist tot Oder dieses Vieh Keine Ahnung was das ist Okay MP weniger Okay Klingenmann Oder Klotzmann Wie ich ihn eben genannt habe Aua Bam Bam Kann gleich wieder heilen wahrscheinlich, ne? Neben Bam Bam Der ist weg Okay Da Oh, das ist aber wenig HP Das wird jetzt hart Das wird jetzt echt hart Ja super Arrg Ich glaube Ich kann diesen Kampf auch wieder vergessen Äh Bam 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 Zero Den anderen werd ich wahrscheinlich Nie mehr genügend MP übrig haben Gut Wemsen wir eben mal den Typen rein Danke Das könnte ein bisschen schwierig werden Gerade Ich bin gespannt Aber ich glaube nicht, dass Bahamut ihn jetzt platt kriegt Aber ich finde ihn so cool, ne? Das Viech hat schon echt Schon echt schick Er klingt halt nur wie so ein Vorwerkstaubsauger Klingt ein bisschen läppisch Ping Komm Und jetzt Wemms ordentlich rein Bam Und Gut Er ist Geschichte Ja, weiter Oh nein Oh Okay Kröte kann ich mit leben, glaube ich Äh Ich muss mich heilen Nein Nicht hauen Scheiße Das ist echt ärgerlich Na gut Noch mal von vorne Vielleicht haben wir mehr Glück Was? Eine Zarbombe? Was ist eine Zarbombe? Brauche ich nicht So Das Würmchen kriegen wir mit einmal weg Das ist kein Problem Oh, da hilft der HP wieder Ah Zu ärgerlich Große Pollen Komm Wemms den weg Den Typen Der war schön Critical Hälfte MP kann ich leben Ach, Teppichmann wieder Ich mag den Teppich nicht Der nervt Aua Können wir ihn nicht irgendwie Mal gucken Entzaubern Verfehlt Mist Dass er immer zweimal angreifen kann Das ist voll unfair Blöder Teppich Ach komm Wemms drauf Egal Lassen sie das Aua Ich glaube Ich brauche hier noch ein bisschen Hopstala Der hat auch nicht reingewimpsed Der blöde Teppich Boah Nerv 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 Hm Muss ich mir was anderes Gegen den Teppichmann überlegen Na was Was ist mein Ziel Na alle platt zu machen Wie immer So Poison Das ist okay Kann ich abbekommen Bringt nämlich nichts Hab ja Da trinke ich ihn dafür Der trifft auch wieder nicht Ansonsten macht er was anderes Ja Mir bleibt ja nicht mehr viel übrig Das ist ja das Ding Also ich könnte jetzt die Weapons besiegen Dass ich nicht hinkriege Ähm Oder aber ich könnte zu Sir Schafi Roth persönlich gehen Mehr bleibt mir nicht Wie hä Ich muss die hier platt machen Weil dann kriege ich dieses Letzte Angriff Das sind die Spezialkämpfe gerade Ich hab ne Strategie für die Weapons Ja aber ich würde ganz gerne noch diesen letzten Angriff mitnehmen Du verstehen Würde ich ganz gerne mitnehmen Nein hab ich nicht Wieso Haben die immer noch was zu fressen oder was Ja logisch dass sie nichts mehr haben Wenn man sie nicht füttert Hä Die haben sich aber auch nicht mokiert Ja jetzt ja Weil sie hören das was raschelt Staubsaugermiets aktiviert Ja da wird das einfach weggeatmet Halbe Geschwindigkeit Ja gut da kann ich auch noch mitleben Dauert halt alles ein bisschen länger So den Klotzmann müssen wir jetzt wieder wegklatschen Atomstrahl Was Ähm Das könnte unangenehm werden Ah Ja gut 700 Damage Läppisch Ah Objekte Nein Keine Objekte mehr Das könnte echt heftig werden Heftig und hässlich Okay Der vorletzte Das müsste jetzt Der letzte sein Shit Nicht hauen Aua Hä Ne Das ist jetzt der vorletzte gewesen Oh fuck Frosch könnte ich glaube ich abwehren Oh jetzt kommt der Dicke wieder So Das ist doof Ich kann jetzt nichts beschwören Der wird auch ordentlich HP haben Der Kollege Ja super Das hat ja voll viel gebracht Daneben Darf ich bitte nochmal Äh Nicht hauen Daneben Oh Mann ey Au Ja 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 Es geht in die richtige Richtung Aber Vielmal darf der nicht nochmal so ein Damage machen Knieschmelzung Würden sie das bitte lassen Ich möchte nicht dass ihr Knie schmilzt Hm Okay Geht noch Oh Kann der mal tot gehen Ich bräuchte mal ne Analyse Hm Nicht hauen Nicht hauen Oh Ein Glück Das war gut Come on Critical Ich kann mich gerade nicht heilen Und deswegen mache ich auch weniger Damage gerade Mit diesem doofen Schwert Das ist zum Brechen ey Kann ich nicht noch irgendwas Oh kacke Hör mal auf damit Oh fuck Ich glaube ich bin tot Ich glaube ich bin richtig tot Hehehe Komm schon Geh kaputt man Ähm Oh scheiße Oh Gott Ging ja noch So einmal gewehrt Und einmal noch drauf klatschen Komm schon Er zittert schon Ist das gut Oder ist das schlecht Oh das gibt es nicht Wie viel hat denn der Pfff Oh fuck Bitte mach ihn kaputt jetzt Ich mache doch keinen Schaden mehr Ich mache doch keinen Schaden mehr Wenn ich so wenig HP habe Und wieder ein Papiertuch bekommen Na gut einmal probiere ich es noch Ich sehe gerade nichts Haare Danke Einmal probiere ich es noch Ich kann Ich konnte mich nicht heilen Ich konnte keine Objekte benutzen Das ging nicht Achso Die hätte die Materie mitnehmen sollen Ach scheiße Na zu spät Egal Ich hätte die Materie mitnehmen können Das wäre das einzig Na ist egal Achso Den HP Absorber Ah Habe ich auch vergessen So Level ist okay Komm wieder das grüne Monster Viel lernen Ihr habt alle 20 Jahre Mehr Erfahrung in den Spielen Als ich Ich habe sowas sonst nie gespielt Rüstzeug kaputt Na tolle Wurst Ach los Teppich Mann Ich bin kein junger Padawan So viel jünger bin ich auch nicht Alter Padawan Toll danke Ne Ja entscheid dich Ich weiß Ach so Teppich ist kaputt Oh nö Kriege ich nur noch Eintreffer hin Ja, Hauptsache er wehrt sich noch ein bisschen Wow 2000 Damage Komm, ich klatsche ihm so einen auf den Deckel Wasserlunge, kannst du für dich behalten So Ja, shit, wieder Schaden gekriegt Gut, nichts was man nicht heilen kann, ne? Nee, läuft nicht wirklich besser Glaube ich zumindest nicht So, einmal heilen Ja, super, ich stehe voll im Weg Au Komm Klatsch Weil ich keine zwei Angriffe mehr machen kann Weil die Materie ja kaputt ist Beziehungsweise blockiert So, der ist weg Hmm Der macht fiesen Damage hier, der Typ Sag ich doch Vor allem, er macht gleich zweimal hintereinander Drecksack So, einmal gewehrt, okay, das war gut Level down, okay So, jetzt muss ich grad mal Dingens nehmen Dass ich HP und MP wieder repariert bekomme So, äh, wie hieß das? Stellt HP, stellt HP, stellt HP, stellt HP, stellt HP und MP wieder hier So So Okay Bam Okay, das hat grad irgendwie nichts gebracht seinen Angriff, glaub ich Hm krass Grsek Nicht einfrieren Au 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 Du fieser Möpp Kom, greif doch an Jetzt mach doch Hallo Oh, nicht stehen bleiben wie ein Ölgötze. Cloud hat Limit. Wenn er mal was machen würde. Er ist gefroren, glaube ich. Was bringen die Kies, die man bei dir für Kronkorken holen kann? Ja, es sind Spielekies. Was bringen die denn wohl? Spiele. Hä? Was für eine Frage? Ich glaube, ich bin eingefroren. Tolle Wurst. Ja, dafür brauchst du Steam. Das ist richtig. Ja, noch ist er nicht tot. Er ist nur eingefroren. Ach, er macht mal was. Er lebt noch. Cloud lebt. Nein! Oh, Scheiße. Warte, warte. Ich muss was das Elixier nehmen. Oh, ein Glück. Ich habe jetzt mehr HP. Das ist schon mal eine bessere Voraussetzung als eben. So, Limit. Schwertwirbel. Den sehe ich jetzt zum ersten Mal. Bin mega gespannt. Nett. Das war nett. Das war äußerst nett. Cool. Äh, beschwören. Ich nehme mal Ritter der Runde. Weil die klatschen auf alles drauf. Das trotz Minimum. Ne? Minimum hatte ich ja geblockt, weil ich ja, ähm, Ausrüstungsgegenstand habe, der Minimum blockt. Beziehungsweise der anormale Zustände blockt. Und Minimum zählt er dazu. Komm schon, macht das Vieh kalt, ey. Ich hoffe mal, dass er platt ist jetzt. Aber ich glaube noch nicht dran. Boom. Komm, einer fehlt noch. Ah ne, zwei noch. Oder? Ach, da ist noch einer. Bombs. Der könnte echt mal tot gehen, ne? Hat gerade auch nicht Damage kassiert, der Kollege. Da ist der Letzte. Der Letzte Ritter. Ist er tot? Er ist noch nicht tot. Arrrr. Das geht ja gar nicht. Äh. Ja. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein paar Homemuts Zero drauf. Warum nicht? Kann man ja auch mal machen. So. Komm schon, wir wamsen da jetzt ordentlich rein. Ich gebe alles. Ich gebe einfach alles, was ich gerade habe. Keine Ahnung, wie viele HP der hat, der Drecksack. Aber ich weiß auch gar nicht, wie viel mal ich das gewinnen muss. Warte mal. Okay, wenn wir alle gewinnen, kriegen wir den letzten Angriff. Wenn wir alle gewinnen. Ich weiß nicht, weil die hat irgendwas vorhin von zweimal gequatscht, die Tante. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, bam. Komm schon, geh kaputt jetzt. Er macht bestimmt nicht viel. 9.999 Damage. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Wupp, wupp. Da ist er platt. Finale Attacke. Da ist sie. Die finale Attacke. Ich werde jetzt sowas von speichern gehen, ey. Wir gehen genüsslich speichern. Nein, Quatsch. Wir laufen. Geschafft. Ja, das hat er jetzt auch nur. Ja, komm. Das war jetzt nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm. Oh. Aber geschafft.